Also wenn ich mich erst mal vorstellen darf, mein Name ist Ruth Winkelmann. Ich bin geboren am 8.9.1928. Ich bin Halbjüdin und stamme aus einer alten jüdischen Familie. Diese musste 1492 wegen der Kristianisierung in Spanien auswandern. Daraufhin kam sie direkt nach Berlin. Die sogenannte christliche Seite, da ich ja Halbjüdin bin, stammte aus West- und Ostpreußen. Mit meinen Eltern wohnte ich in der Wörterstraße Nummer 4, in der heutigen Erdmannstraße in Honeundorf, in einer schönen Etagenwohnung. 1935 wurde ich in die jüdische Schule in der Augoststraße, die im Scheunenviertel in Berlin-Mitte lag, eingeschult. Dieses Viertel zählte als das offene jüdische Ghetto. Am 1. März 1937 kam meine Schwester Esther auf die Welt. Erzogen wurden wir nach der Vorstellung des liberalen Judentums im Gegensatz zur strengen orthodoxen Glaubensausrichtung. In Berlin-Hermsdorf, Falkenschallersteig Nummer 16, war für mich immer die Synagoge meiner Kindheit. Im Jahre 1938, nach der Barmitzver der Jungen, die mit 13 Jahren schon in das Erwachsenenalter aufgenommen werden, wurden alle Kinder, ob Junge oder Mädchen, jeden Alters vom Rabbiner Dr. Klein gesegnet. Das war schon etwas sehr Ungewöhnliches, nur in einer sehr liberalen Gemeinde war das möglich. Im Zuge der Progomnacht wurde auch diese Synagoge entweiht. Nach 70 Jahren wurde eine Gedenktapel zur Erinnerung an der Synagoge von der Arbeitsgruppe Stolpersteine Berlin-Reinickendorf angebracht. 1938 bis 1941 war ich am Nervenfieber erkrankt. Man dachte damals, das wäre Peikstanz, welches nach heutigen Erkenntnissen aber Epilepsie war. Durch diese Krankheit konnte ich nur sehr reduziert am Schulunterricht teilnehmen. In zweieinhalb Jahren hatte ich nur 150 Fehlstunden, welches zu meiner schlechten schulischen Entwicklung beitrug. Am 9. November 1938 fand die Reichsprogrammnacht statt. Jüdisches Eigentum wie Synagogen, Schulen und Geschäfte wurden geplündert, die Scheiben zerschlagen oder beschmiert mit den Aufschriften wie Juden raus oder kauft nicht bei Juden und so weiter. Überwiegend wurden die Zerstörungen von der SS oder von der SA verursacht. Jüdische Menschen, die als solcher erkennbar waren, wurden demoralisiert oder geschlagen. In der darauffolgenden Zeit stand an allen städtischen und staatlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel Strandbäder oder auch Grünanlagen, sogar auf Parkbänken ein Schild mit der Aufschrift für Juden verboten. Für meine Familie und auch für mich war das sehr diskriminierend. Noch dazu, weil mein jüdischer Großvater im Ersten Weltkrieg sein Augenlicht verloren hatte und auch vier weitere Onkel jüdischer Abstammung nach dem Ersten Weltkrieg schwerkriegsgeschädig in ihr Heimatland Deutschland beziehungsweise nach Berlin zurückkehrten. Das war sehr schwer zu verstehen, da sie seit Jahrhunderten in Deutschland lebten und ihre deutsche Staatsbürgerschaft als selbstverständlich hielten. 1939 mussten alle Juden ihre Autos, Fahrräder, Fotoapparat, wertvolle Teppiche, Brillanten oder auch Gold wie Silberbestecke auch abgeben. Edelstahlbestecke, mit dem wir heute selbstverständlich essen, gab es damals noch nicht. Nach der Reichsprogromnacht mussten meine Eltern das Geschäft, in welchem auch mein Vater tätig war, zu einem unverschämt niedrigen Preis Zwangsverkaufen. Der Erlös kam auf ein Sperrkonto, von dem sie monatlich nur 200 Mark abgeben konnten. Auch ihr Wohnhaus mit großem Grundstück in Honeundorf mussten sie unter gleichen Bedingungen abgeben. In die heutige Torstraße wurden sie in zwei Zimmer eingepfercht. Die Wohnung mussten sie mit mehreren Juden teilen. Anschließend wurden die alten Menschen noch in die Augestraße in ein einziges Zimmer eingepfercht. Von dort wurden sie am 07.09.1942 im alten Transport nach Theresienstadt transportiert. Mein Großvater verstarb am 29.11.1942 und meine Großmutter am 29.04.1943, beide in Theresienstadt. Auch mein Vater verlor durch den Zwangsverkauf des Unternehmens eine Schrottverarbeitung seinen Arbeitsplatz, in dem sie eher als Kaufmann, Lastfahrer und auch als Schlosser tätig war. Bei Ausbruch des Krieges 1939 wurden in Deutschland Lebensmittel eingeführt. Für Juden gab es sie nur sehr reduziert. Kleiderkarten, Schuhe, Milch, Butter gab es nicht einmal für kleine Kinder. Ab September 1941 mussten Juden, auch Geltungsjuden, den Stern tragen, auf dem Jude stand. Dieser musste an der äußeren Oberbekleidung getragen werden. Geltungsjuden war man, wenn ein Elternteil Jude war, man aber am 15. September 1935 in der jüdischen Gemeinde registriert war. Als Sternträger war man für Menschen, die einem nicht gut gesonnen waren, freiwillig. Die Polizei musste zusehen. Nur wenige jüdische Ärzte und Rechtsanwälte durften ihre Praxen und Kanzleien offenhalten, jedoch nur Patienten oder Klienten gleichen Glaubens annehmen. Künstler, Schauspieler, Professoren, Ärzte, Handwerker wurden zu Handlanger-Tätigkeiten verpflichtet, welche mit geringen Lohnen gezahlt wurden, von denen ab 1941 noch zusätzlich 15% Sondersteuer abgingen. Auch die Führerscheine wurden eingezogen, sodass auch der Berufskraftfahrer nicht mehr ausgeübt werden konnte. Zum Schluss war die Menschenwürde nur noch eine Farce. Im Jahre 1941 gab es den Erlass, dass Juden nur von 16 bis 17 Uhr einkaufen durften. Einer meiner Cousins, Egon Jax, musste zum Schichtdienst und betrat eine Viertelstunde vorher das Geschäft, um sich etwas zu essen zu kaufen. Er wurde deswegen verhaftet. Mit der ersten Welle der Deportation kam er nach Riga und wurde mit den Juden der Region ermordet. Im Jahre 1942 wurden die jüdischen Schulen geschlossen. Andere pädagogische Einrichtungen durften wir Juden oder jüdische Abstammung nicht besuchen. 14-jährige Kinder wurden dienstverpflichtet. Ich kam in eine Uniformfabrik in der großen Frankfurter Allee. Dort mussten wir eine Woche Tag, eine Woche Nacht arbeiten, immer zwölf Stunden im Rhythmus. Mit Zwangsarbeiterinnen aus Polen und Russland, die mit ihren Babys und Kleinkindern an den Nähmaschinen arbeiten mussten. Verschmutzte Uniformen, die von der Front kamen, mussten wir ausbessern. Das war sehr ekelhaft. Sowohl Krätze, eine Hautkrankheit, die alle Weichteile des Körpers befielen, und Läuse standen auf der Tagesordnung. In den Jahren 1942 bis 1945 wurden Misch-Ehen von der Reichssicherheitsbehörde zur Scheidung vorschlagen. Diese Angst, aus unerklärlichen Gründen dazu zu gehören, ging bis Ende des Zweiten Weltkriegs. Nach nächtelangen Diskussionen meiner Eltern kam mein Vater zu dem Entschluss, den Arisierungsantrag für uns einzureichen. In Folge davon musste meine Mutti und mit uns Kindern aus dem Neuendorf wegziehen, und wir zogen in die Pappelallee. Aber als Folge davon kam es nicht zur Arisierung, sondern ohne Anhörung zur Zwangsscheidung. Meinen Vati, den ich sehr liebte, konnte ich nur alle 14 Tage ein paar Stunden sehen. Im Februar 1943 wurde mein Vati von der Arbeitsstelle geholt und kam nach Monowitz in ein Nebenlager von Auschwitz. Nach Aussagen eines Cousins Willi wurde er im Juli 1943 ermordet. Mein Cousin Willi war mit meinem Vater in Monowitz einer gleichen Baracke untergebracht, daher konnte er mir das überbringen. Von 15 Familienangehörigen, die deportiert wurden, ist nur Willi Jax als einziger dem Holocaust entkommen. Nachdem die Mehrzahl der Juden schon deportiert waren, begann die Aktion gegen Mischänen und Geltungsjuden und Mischlingen. Am 6. März 1943 wurde meine Schwester und ich verhaftet und zur großen Hamburger Straße gebracht. Das war ein Auffanglager. Die Gestapo verhaftete uns bei der Schwester meiner Mutti, die Beamtin war und keine Juden empfangen durften. Daher trug ich bei ihr keinen Stern an meiner Jacke. Im Auffanglager in der großen Hamburger Straße fragte ein Gestapo-Offizier meine Mutti, was sind denn, was sind Sie und Ihre Kinder blutsmäßig? Blutsmäßig seien blutsmäßig. Die Antwort, ich bin arisch, meine Kinder sind blutsmäßig Mischlinge ersten Grades, das verwirrte den Offizier. Wir bekamen einen Passierschein und waren wieder auf der Straße. Wir hatten einerseits das Gefühl, der Hülle entkommen zu sein, aber auch Angst, uns während der Zeit, in der Mutti arbeitete, uns in der Wohnung aufzuhalten. Diese Angst war begründet. Denn nach dem Ableben meiner Mutter fand ich im Nachlass Vorladungen eine vom 16. Januar 1943 und eine vom 9. April 1943. Meine Schwester und ich wurden aufgefordert, mit Kennkarte und Ausweispapieren zur Deportation zu erscheinen. Diese Aufforderung hatte meine Mutti aus Sorgung uns natürlich unterschlagen. So suchte meine Mutti einen Ausweg. In einer Laube in Wittenau, einem Ortsteil von Berlin, war ein Bekannten meiner Eltern. Herr Leo Lindenberg gehörte. Pfannen wir unter Schlupf. Herr Lindenberg, der zu dieser Zeit an der Ostfront war, gehörte der NSDAP an. Er als Parteigenosse war unser Lebensretter. Bei Fliegeralarm rannten wir in den großen Bunker, der zehn Minuten entfernt war. Denn da fühlten wir uns sicherer. Zwischen 1942 und 1945 gab es in Berlin bis zu viermal täglich Fliegeralarm, wo die Alliierten Sprengbomben, Postverbomben und Luftminen, die den Menschen die Lungen zerrissen, abgeworfen wurden. Überwiegend waren Wohngebiete das Ziel. Die großen Fabriken in Berlin, wie AEG, Borsig, Siemens, Mercedes-Benz, deutsche Waffen und Munition, um nur einige zu nennen, blieben heil. Da sind keine Bomben gefallen. In ganz Siemensstadt sind drei kleine Brandbomben gefallen. Also das war gar nichts. Hunderte Bunker waren über die Stadt verteilt. Der Führerbunker, wo sich die Feiglinge des tausendjährigen Reiches selber hinrichteten. In den meisten Nächten konnten wir nur drei Stunden schlafen. In unseren Betten, wegen der vielen Luftangriffe. Weitere Abholungswellen und auf Mischlinge und Geltungsjuren waren die Regel. Eine davon war im November 1941. Um der Deportation zu entgehen, gab mir der einen Arzt den Rat, im Götzischen Krankenhaus mich einer Blinddarmoperation zu unterwerfen. Also regte ich meinen Blinddarm an und aß Kartoffeln, halbgare Kartoffeln zur Rebellion. Nach der Operation gab es Kohlsuppe und Dinge zu essen, die die Heilung hinauszögerten. Kurz vor unserer Befreiung, Anfang März, erkrankte meine Schwester an Diphtherie. Der Arzt überwies sie ins Krankenhaus. Mit 40 Grad Fieber, ohne Medikamente, musste meine Mutter mit ihr halbtragender, halblaufenderweise ins Krankenhaus. Einen Krankenwagen gab es nicht einmal für Kinder. Leider hat meine Schwester das nicht überlebt. In der Pappelallee 1977, der Gestapo bekannte Adresse, wollte man mich am 23.04.1945 noch abholen. Da ich mich aber in der Laube von Herrn Lindenberg befand, durfte ich überleben. Am 23.04.1945 fuhren die russischen Panzer in Wittenau ein. Das waren Kampftruppen, die uns die Freiheit brachten. Das waren Befreier, die es so verdienten, genannt zu werden. Die nachfolgenden Truppen waren Plünderer und Vergewaltiger, von denen ich Gott sei Dank verschonen blieb. Ab Juni 1945 bekamen wir in Berlin den Vier-Mächte-Status. Im Bezirk Reineckendorf im Norden von Berlin kamen französische Truppen stationiert, denen wir als freie Menschen lebten. Nach der Befreiung wollte ich die Grundschule zu Ende besuchen. Dieses wurde mir verwehrt, trotz mehrerer Eingaben. Mit der Begründung, ich wäre 16 Jahre alt und habe keinen Anspruch mehr auf schulische Leistungen. Das war für mich die größte Diskriminierung nach meiner Befreiung von 1945. Somit begann ich 1945 eine Lehre als Darmschneiderin, die ich nach drei Jahren mit dem Gesellenbrief beendete. Euch wünsche ich, das zu genießen, eine gute Ausbildung zu haben. Aber mein Blick auf Euch ist so, dass Ihr das ganz ernsthaft auch wisst, was Ihr an Wissen aufnehmen könnt. Nehmt so viel auf, wie es möglich ist. Ihr braucht es immer mal. Man soll gar nicht für möglich halten, wo das manchmal bleibt, das, was man aufgenommen hat. In dem Moment ist es weg und es kommt dann aber alles wieder. Also was Ihr mal gelernt habt, das geht nicht verschütt. Also ich wünsche Euch eine gute Schulzeit und nach einem kurzen Augenblick lese ich weiter. Das war nur ein Überblick, wie ich den Krieg und nach dem Krieg ergriffen habe. Ich möchte noch eins sagen. 1945 habe ich ja angefangen zu lernen. Da fuhr nicht eine Straßenbahn in Berlin, keine S-Bahn, keine U-Bahn, denn es waren ja alles Trümmer. Wir hatten ja auch kein elektrisches Licht, wir hatten ja kein Wasser, wir waren ja eine tote Stadt. Und ich bin dann von Wittenau aus, Wittenau-Nord bis nach Charlottenburg drei Stunden gelaufen, habe acht Stunden gearbeitet, gelernt und bin wieder drei Stunden zurückgelaufen. So fing das Leben für mich nach 1945 an. Jetzt machen wir mal eine ganz kurze Pause und dann erziele ich weiter. Das Bild lasse ich mal bitte rumgehen. Das ist ein Bild in der Birkenwerder Straße Nummer 16 aufgenommen worden. Das war meine Familie 1932 und davon sind nach dem Krieg vier Personen übrig geblieben. Also von diesen Leuten, die dort auf diesem Bild sind, waren 15 Leute ins Vernichtungslager gekommen. Und davon ist ein einzigster zurückgekommen von den 15. Der Willi hat gesagt, naja, der Egon, sie sind beide dort auf diesem Bild unten auf der ersten Reihe. Und der Egon, der ist eben 1942 oder 1941, 1942, genau den Tag kann ich nicht sagen, nach Riga gekommen, wo die Menschen der Region dort ermordet wurden. Und interessant ist eins, 1942, Anfang 1942 gab es in Auschwitz noch keine Brennöfen. Die wurden da in Riga erstmal ausprobiert. Also wenn man sich mal vorstellt, naja, das, ja bitte. Ja, der ist, musste mit den, von Auschwitz mussten die ja zu Fuß bis nach Süddeutschland sind die ja hier laufen. Und zwar bis, wie heißt denn das Lager unten in Bayern? Dachau. Bis nach Dachau ist er gelaufen und in Dachau ist er, da war eine Sammelunterkunft und da ist er von den Amerikanern befreit worden. Und ist dann, nach dem Aufenthalt, die er dann erstmal in Krankenlagern und im Sanatorium alle hatten, weil die es ja alle völlig unterernährt waren, hat er, ist ja nochmal nach Berlin gekommen und wollte mich eigentlich mitnehmen nach Amerika. Also nach dem Krieg. Aber ich habe das abgelehnt, ich wollte in Berlin bleiben. Für mich ist Berlin meine Heimat und nicht Amerika. Und dann ist er nach Amerika gegangen, ist dann aber nach ein paar Jahren als Besatzungssoldat wieder nach Deutschland gekommen und hat sich dann im Saarland niedergelassen. Also er ist in Deutschland verstorben. Ja, ich bin noch der Einzige, die übrig ist. Meine Mutter und ich, ja. Ja, also das ist für uns auch, meine ich habe ja gewusst, dass einer nach dem anderen weg war. Aber ich konnte mich eigentlich von keinem richtig verabschieden. Eins hier von meinem Vater, das, ein Onkel noch von mir, der ist, hat überlebt, weil der mit einer Christin verheiratet war und aus dem Judentum ausgetreten war. Ja, dadurch, aber er galt immer noch als Jüde. Ja, also trotzdem, naja, ob man evangelisch ist, jüdisch ist oder man bleibt doch der gleiche Mensch. Und wenn man einen festen Glauben hat, kann einem, auch wenn man austritt aus der Kirche, den Glauben kann einem doch keiner nehmen. Ich bin zum Beispiel im jüdischen Glauben erzogen worden und nachher durch Herrn Lindenberg, der aus Dankbarkeit, dass er mir das Überleben geschenkt hat, denn er hat mir das Überleben geschenkt, bin ich nachher zum evangelischen Glauben übergetreten. Aber mein Glaube ist ein Gottglaube und ich habe Mischglauben. Für mich ist der Glaube was ganz Wichtiges, ohne dass ich zur Kirche gehe. Ich kann auch eine Andacht im Wald machen oder in der Natur machen. Der Glaube, der ist ja doch in einem drin. Aber jeder sieht es anders und soll auch jeder anders sehen. Aber ich bin innerlich Berlinerin und Deutsche und habe den Glauben an Gott. Das ist meine Religion. Ich habe mich als Berliner gefühlt und bin ich ja auch. Außerdem muss ich noch eins sagen. Ich hätte gar keine Möglichkeit gehabt, rauszugehen. Denn um auszuwandern, musste man immer Geld haben. Und uns wurde ja alles abgenommen. Und so vermögend waren meine Eltern nicht. Meine Großeltern waren vermögend, aber die haben das nicht verteilt. Und meine Eltern haben nicht das Geld gehabt, für uns überhaupt eine Auswanderung zu finanzieren. Denn man musste von dem Geld, was man auf der Bank hatte, 20 Prozent dem Staat geben. Und 20 Prozent brauchte man mindestens für die Auswanderung, für Fahrkarten und, und, und. Für Papiere und alles war alles nicht für nulle wer. Heute mit dem Ausweis kommt man überall hin. Vielleicht braucht man überhaupt noch einen Pass, wenn man nach Amerika geht. Ja, aber sonst noch nicht mehr. Innerhalb von Europa noch nicht mehr. Also das war ja damals ganz anders alles. Da musste man immer eine Genehmigung erstmal haben. Und jede Genehmigung hat Geld gekostet. Das war gar nicht drin. Ja, weil Leute aus Polen gekommen sind, die sonst verfolgt geworden wären. Und da sind meine Eltern zurückgetreten, haben gesagt, wir sind noch nicht verfolgt. Also, wir wären, damals war es ja nicht. Und da sind sie zurückgegangen. Und mein Vater, meine Mutter wollten nach Israel auswandern. Und ich habe eine Cousine, die nach Israel ausgewandert ist, 1932 schon. Und, ja, die habe ich dann nachher aber auch siebenmal noch in Israel besucht. Also, ich bin gerne nach Israel gefahren, zu Besuch. Ich habe mir auch Israel völlig angesehen. Das fand ich auch ein sehr schönes Land. Heute bin ich mit der Politik absolut überhaupt nicht einverstanden, die da getrieben wird. Aber das ist eine politische Sache und keine Landessache. Aber ich hätte nie in Israel leben können, weil ich das Klima gar nicht vertragen hätte. Ich bin ein Nordländer und kein Südländer. Ich meine, ich lebe gern mal im Süden von Europa, aber nicht auf die Dauer. Das ist nicht so meins. Aber wir sind ja alle verschieden. Hat noch jemand eine Frage? Ich sehe nichts. So, jetzt werde ich mal versuchen, weiterzulesen. Also, was jetzt kommt, dann erlebt ihr das so, wie ich es als Kind erlebt habe. Ein Groschen, ein Apfel und ein Nappo. Mein Großvater, Georg Jaxx, besaße ein Abrissunternehmen. Die Geschäftsräume mit dem großen Schrottplatz lagen in der Roststraße im Zentrum von Berlin. C2 nannte man die Gegend, zwischen Rochebray und Rotem Rathaus. Oft ließ mein Großvater ganze Fabriken abreißen. Das meiste Metall wurde verschrottet. Aber die Maschinen, die noch brauchbar waren, wurden wieder hergestellt und verkaufte sie. Das Geschäft florierte. Wir wohnten alle am Stadtrand in Hohneuendorf. Meine Eltern hatten eine Mietwohnung in der Wörterstraße. Von dort wanderte ich jeden Morgen mit meinem Vater zum Haus der Großeltern in die Jägerstraße, heute Bürgenwerderstraße. Mein Vater kurbelte den Lastwagen an und sobald der Motor tuckerte, kam mein Großvater aus dem Haus. Er war während des Ersten Weltkriegs im Fronteinsatz erblindet. Mein Vater half ihm ins Auto und ich durfte zwischen den beiden in der Mitte sitzen. So fuhren wir zu dritt in die Stadt. Die beiden Erwachsenen mussten zur Arbeit und ich musste zur Schule. Die lag in der Augestraße im Berliner Scheunenviertel, wo sehr viele Juden lebten. Jetzt kommt eine schwere Zeit, in der unsere Hut besser unter ihresgleichen ist, hatte mein Vater gesagt. So wurde ich 1935 eingeschult in die jüdische Mädchenschule. Also kam ich in die Mädchenschule der jüdischen Gemeinde. Eine sehr moderne Schule, die 1927 gerade erst fertiggestellt worden war. Vor den Schultoren herrschte rege Betriebsamkeit. Als unser Lastwagen dort hielt, griff mein Großvater in seine Jackentasche und drückte mir einen Groschen in die Hand. Hier, Ruth, dafür kaufst du dir zwei Stück Obst, damit du in der Pause nicht hungerst. Ich nickte geflissentlich, danke Opa, das mache ich. In der Nähe der Schule stand immer der Obsthändler. Ich kletterte ins Auto und winkte zum Abschied aus dem Auto. Dann kaufte ich mir einen Apfel, der kostete einen Sechser. Mit einem Apfel kam ich sehr gut durch den Vormittag. Und ich hatte einen Sechser gespart. Den verwahrte ich sorgsam für den Heimweg. Zurück nach Neuendorf fuhr ich nämlich immer mit der S-Bahn. Für ein kleines Kind wie mich war das eine halbe Weltreise. Und die hatte ihre Tücken. Die Fahrt begann am Stettiner Bahnhof, heute Nordbahnhof, in der Inverlinenstraße. Hier kletterte ich den S-Bahn-Zug. In Birkenwerder musst du wieder aussteigen, hatte meine Mutti mir eingeschärft. So passte ich haarscharf auf, dass ich nicht unterwegs ins Träumen geriet. Das passierte auch nie. Ich stand immer rechtzeitig parat. Dumm war nur, dass ich die Türen allein nicht aufbekam. Der Zug hielte in Birkenwerder. Ich zog aus Leidenskräften, aber vergeblich. Nachdem das ein paar Mal passiert war, durfte ich immer im ersten Zugabteil mitfahren. Eigentlich war das erste Abteil nur für Betriebspersonal bestimmt. Aber in meinem Fall machten sie eine Ausnahme. Früher war ja auch bei den S-Bahnen nicht nur der Fahrer drin, sondern Zugabfertigung. Der guckte über den Bahnsteig und dann hebt er seine Kelle oder seine Hand. Und dann durfte der Zug erst mitfahren. Also da hatte man früher zwei Personen. Und der hatte in Urlaub, dass ich damit einstieg. Der Zugabfertigung kümmerte sich darum, dass ich immer wohlbehalten in Birkenwerder ankam. Jetzt kramte ich meinen gesparten Sechser raus. Oben am Ausgang der S-Bahn-Station war immer ein kleiner Kiosk. Die Verkäuferin kannte mich schon. Die ganze Part über hatte ich mich darauf gefreut. Ich legte meinen Sechser auf die Theke. Eine Nappo bitte. Das Nappo war rautenförmig und ziemlich hart mit bitterer Schokolade überzogen. Behutsam öffnete ich das Silberpapier. Schob die Nappospitze in meinen Mund. Rot blutschte daran, vorsichtig mit der Äußeren. Wie das schmeckte. Ich mochte überhaupt nur bittere Schokolade. Keine Vollmilch. Mit meinem Nappo machte ich mich auf dem Heimweg. Die kleine Süßigkeit beschäftigte mich fast eine Viertelstunde. Genau bis zu unserer Haustür. Ihr müsst euch vorstellen, in der damaligen Zeit war es nicht üblich, dass man Süßigkeiten hatte. Süßigkeiten bekam man Weihnachten. In der Adventszeit schon die ersten vielleicht Kleinigkeiten. Zum Geburtstag, zu Ostern. Manch einer bekam zu Pfingsten noch einen Maikäfer oder einen Marienkäfer aus Schokolade. Aber dass man zwischendurch Süßigkeiten hatte, so wie heute selbstverständlich überall welche sind, und man kaufte sich überall, gab es damals gar nicht. Hatte man einfach nicht. Aber diese kleine Süßigkeit, das war für mich ein Himmelreich gewesen. Und stellt euch mal vor, man ist ja schön, das war damals diese kleinen Nappos, die waren damals dreimal so groß als heute und hart waren die. Habt ihr denn ja auch schon eingebissen? Ja? Ich weiß nicht, ob aus die schmecken überhaupt, aber für mich war das ein Himmelreich. Ich will nur damit so zeigen, dass wir so ganz auf einem ganz anderen Niveau gelebt haben. Ja, also bei uns war Obst, Obst war selbstverständlich. Aber Süßigkeiten? Aber was man früher hatte, früher hat die Mutter oder der Vater, wie es gerade war, jeden Sonntag einen Kuchen gebacken. Das war etwas Besonderes. Aber nur Sonntags gab es Kuchen. Oder vielleicht eine Schnecke oder sowas, dass man jeden Morgen eine Schnecke bekam oder Süßigkeiten zum Frühstück. Gab es nicht. Die Mutter hat Marmelade gekocht. Oder es wurde Honig gemacht. Auf dem Brot, aber es war eben eine andere Zeit. Die Gewohnheit ging in Scherben. Wir hatten 1938 noch kein Radio und ein Handy gab es auch nicht. Deshalb war diese ganze Morgen sehr eigenartig. Wir waren aufgestanden, zu meinen Großeltern in die Jägerstraße gegangen. Wir hatten das Auto rausgeholt und uns auf den Weg nach Berlin gemacht. In Hohneuendorf zeigte sich das gewohnte Bild. Auch in Hermsdorf und Weidmannsdust gab es nichts Besonderes. Erst in Wittenau entweckten wir die ersten Geschäfte mit zerschlagenen Scheiben. Der ganze Bürgersteig lag voller Glatschwässer. Guck mal, Patti, das sieht hier aber komisch aus. Was ist denn, fragte mein blinder Großvater. Scheinbar wurden in der Nacht die Läden überfallen, sagte mein Vater. Wie, alle Läden, wollte Großvater wissen? Nein, nicht alle, sagte mein Vater. Und es klang nachdenklich. Wir fuhren weiter in Richtung Innenstadt, sahen immer mehr kaputte Schaufenster, dazu Davidsterne mit weißer Farbe hingeschmiert und den Aufschritt Jude. Ich frage mich, wie es jetzt bei uns im Geschäft aussieht, sagte mein Vater. Draußen auf der Straße zog ein randelierender Trupp mit braunen SA-Uniformen vorbei. Die brüllten und schwangen ihre Schlagstöcke. Kniehohe Schaffstiefel knallten auf das Laster. Die Hakenkreuzfahne wurde hin und her geprügelt, geschwenkt. Ich saß zwischen meinem Vater und meinem Großvater und blickte von einem zum anderen. Ich spürte ihre Besorgnis. Aber mein Vater steuerte den Lastwagen so ruhig und besonnen wie eh und je. An seiner Seite hatte ich keine Angst. Wenn mein Vater bei mir ist, dann wird mir schon nichts passieren, dachte ich. Bei meinem Vater bin ich in Sicherheit. In der Gartenstraße hörten wir das Geschrei schon von Weitem. Judenschwein brüllte einer. Dann folgten andere furchtbare Ausdrücke. Es war eine ganze Rotte von SA-Schlägern. Allein waren sie feige, aber in der Gruppe fühlten sie sich stark und droschen mit ihren Knüppeln drauf los. Höhe der Badeanstalt war die Gartenstraße ziemlich schmal. Als wir vorbeifuhren, hatten sie auf der linken Bürgersteigseite gerade ein neues Opfer gefunden. Einen kleinen Mann, der durch einen schwarzen Mantel und schwarzen Hut und die typischen Schläfenlocken sofort als orthodoxer Jude erkennbar war. Zwei von den Schlägern hielten ihn fest, während ein dritter mit Farbeiber und Pinsel einen Stern auf seinen Mantel schmierte. Der Mann wehrte sich nicht. Armer Kerl, murmelte mein Vater. Wollte wahrscheinlich nach seinem Geschäft sehen. Hier passierte gerade etwas ganz Schlimmes, schoss es mir durch den Kopf. Was ganz Schlimmes? Aber ich fühlte mich nicht bedroht. Mein Vati saß hier neben mir. In unserem Auto waren wir ja als Juden nicht erkennbar. Merkwürdigerweise hatte mein Vater keine Bedenken, mich an der Schule abzusitzen. Nach den vielen Zerstörungen, die wir während der Fahrt gesehen hatten, wirkte die Auguststraße tatsächlich ausgesprochen friedlich und unberührt. Hier ist alles in Ordnung, sagte mein Vati. Und ich hörte die Erleichterung in seiner Stimme. Sogar der Obsthändler stand an der Ecke. Ich bekam meinen Groschen, kaufte mir einen Apfel und betrat die Schule. Danach war auch hier nichts mehr so wie sonst. Wir gingen gar nicht erst in die Klassenräume, sondern wurden gleich in die Aula geleitet. Die Stimmung war äußerst bedrückt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals vorher in der Schule gebetet hätte. Denn die jüdische Schule war ja eine Volksschule und keine religiöse Schule. Aber an diesem Morgen haben wir alle zusammen gebetet. Und dann hieß es plötzlich, die SA hat die Eingänge blockiert. Wir kommen hier nicht mehr raus. Ich sah die SA-Männer mit ihren Fahnen. Sie hatten die Schultüren mit Bergen von Gerumpel verbarrikadiert. Sie waren gerade dabei, die ganze Fassade mit ihren Parolen zu beschmieren. Nur die Ruhe, mahnte der Eismann. Nebenbei gesagt, diese Schule wurde ja vor ein paar Jahren neu restauriert wieder. Also wurde neu gemacht. Und da waren noch teilweise von diesen Beschmierungen unglaublich. Also es sind so manche Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Trotz Flieger und Besatzung und alles. Und manche Sachen sind nicht kaputt zu kriegen. Nur die Ruhe, mahnte Herr Dr. Eismann. Wir werden eine Lösung finden, wenn ihr euch alle still und ruhig und besonnen verhaltet. Aber hinten durch die Synagoge können wir auch nicht mehr raus. Auf die Straße rief eine aufgeregte Stimme. Da brennt es schon. Jetzt zuckten alle Blecke zum Fenster. Ich sah den Rauch, der seitlich aus der großen Kuppel quill. Wenigstens waren es noch keine Flammen, sondern nur dunkler Qualm. Wir saßen hier fest im Zentrum der Gefahr. Wir werden eine Lösung finden, wiederholte der Rektor. Unsere Lage ist zwar schlimm, aber nicht aussichtslos. Ich glaubte ihm, ohne den geringsten Zweifel. Auch zu unserem Rektor hatte ich großes Vertrauen. Zuerst berieten die Lehrer sich untereinander und besprachen auch sie und unsere Situation. Da wurde nichts beschönigt. Wir erfuhren, dass die Nazis bereits in der vergangenen Nacht zusätzlich jüdische Geschäfte geplündert und jüdisches Eigentum zerstört hatten. Wir wurden gewarnt, dass die SA-Schläger auch vor körperlichen Angriffen nichts zurückstreckten. Sobald es uns gelang, in der Schule herauszukommen, sollten wir schnurstracks nach Hause laufen und dort abwarten, bis sich die Lage wieder beruhigt hatte. Ist denn bei euch jemand zu Hause, fragte mich unsere Klassenlehrerin, Frau Dr. Bergmann, oder sind jetzt alle zur Arbeit? Meine Mutti ist da, sagte ich. Dann können wir euch ja von der Liste streichen und euch nach Hause schicken. Und sie fragte noch meine Lilly, meine beste Freundin, die konnte mit mir dann auch laufen. Meine Mutti ist auch da. Na, dann können wir euch beide ja losschicken. Sie lächelte, vielversprechend. Da hörte ich, das hörte sich beinahe so an, als hätten die Lehrer bereits einen Ausweg gefunden aus unserer Zwickmühle. Nur welchen. Die vorderen Ausgänge waren von den Anrandalierern bewacht, die immer noch lautstark ihre Parolen krakeelten. Der Schulhof reichte bis an die Synagoge in der Oranienburger Straße. Aber dort schien sich der Brand immer weiter auszubreiten. Immer mehr Qualm drang aus der Kuppel. Die Gehörlosen-Schule hatten sie auch abgeriegelt. Da rief eine Lehrerin atemlos den Gang herunter. Die sitzen da genauso wie wir, wie die Hasen in der Falle. Dann war nun auch der Fluchtweg zur linken Seite abgeschnitten. Die Gehörlosen-Schule grenzte an das St. Hedwig-Krankenhaus in der großen Hamburger Straße. rief eine Lehrerin, die gerade ankam. Ob man uns dort vielleicht hinausschleusen könnte. Wir Kinder saßen still in der Aula und hielten uns an den Händen. Tatsächlich hatte man inzwischen einen anderen Ausweg gefunden. Wir schleichen uns ganz unauffällig raus. Immer nur zwei Mädchen gleichzeitig, hatte eine Frau Dr. Bergmann gesagt. Ich ging mit meiner Freundin, unsere Klassenlehrerin strich uns noch einmal übers Haar und hat uns verabschiedet. Sie konnte uns nicht führen, denn sie hatte Schwierigkeiten mit ihren Liedmaßen. Wir gingen über das Dachboden ins nächste Haus, durch eine Tür des Nachbarhauses und von dort weiter ins nächste Haus. Es roch nach Staub und ein bisschen auch nach Feuer. Ich versuchte, möglichst leise aufzutreten, aber die Schritte, sie klapperten laut auf dem Holzfußboden. Sämtliche Dachböden waren aus Brandschutzgründen leergeräumt, bis auf die Feuerpatsche und zwei Eimer mit Wasser und Sand. Durch eine weitere Tür gelangten wir in ein Nebenhaus. Es ging wieder abwärts. Wir waren in einem Mietshaus in der Seitenstraße. Hier wohnten lauter Juden. Besorgte Blicke begleiteten uns auf dem Weg nach unten. Aber gesprochen wurde nicht. Alles ging sehr still und heimlich vonstatten. Der Hauseingang befand sich in einer Seitenstraße der Artilleriestraße, heute Schucholskystraße. Aber die Gefahr war noch nicht gebannt. Die letzten beiden gingen links rüber. Ihr geht jetzt beide zur rechten Seite bestimmt. Aber nicht rennen. Wir haben das verstanden. Die SA kann euch sehen, wenn ihr die Auguststraße überquert. Also reist euch zusammen. Und wir marschierten los, zunächst mit entsetzlichen Herzklopfen. Dann außer Sichtweite schon wesentlich gelöster. Als wir die Gartenstraße in Richtung Invalidenstraße gingen, waren wir nur bloß nach zwei ganz normale Schulmädchen mit ihren Ranzen auf dem Rücken. Lilly wohnte in der Invalidenstraße. Ich dagegen kletterte in die S-Bahn, zog Abteil für Betriebspersonal und fuhr zurück nach Burgenwörder. Als ich dort ausstieg, kam es mir vor, als waren die Ereignisse dieses Vormittags bloß ein Spur gewesen. In Burgenwörder hatte sich nicht das Geringste verändert. Ich kramte meinen Sechser aus der Tasche, ging hinauf zum Kiosk und kaufte mir meinen Nappo. Also das war, ich kann es nicht beschreiben. Der Vormittag war für mich ein Albtraum. Und der ist heute noch, wenn ich es lese, ein Albtraum. Und das war ja erst der Anfang. Das war erst der Anfang, ja. Die Riesenwelle. Ich weiß noch, dass mein Vater uns an diesem Abend ganz liebevoll in die Arme genommen hat. Meine kleine Schwester und mich. Jetzt beginnt eine schwere Zeit, sagte er. Im Geschäft meines Großvaters hatten die Randelierer ganze Arbeit geleistet. Scheiben kaputt, Möbel, ja, demoliert. Wenigstens hatten sie noch niemand verletzt. Aber der Schaden ging in die Tausende. Kurze Zeit später wurde mein Großvater gezwungen, sein Unternehmen zu schließen. Auch das schöne Haus in Holondorf musste für einen Sportpreis verkauft werden. Die ganze Verwandtschaft versammelte sich noch einmal, um dort Abschied zu nehmen. Die wenigsten Umzugskisten waren bereits gepackt. Man hatte meinen Großeltern zwei Zimmer in der Esserstraße, in der heutigen Torstraße zugeteilt. Dort sollten sie sich mit anderen Familien eine Wohnung teilen. Küche und Bad zur gemeinsamen Nutzung. Nun schützten sämtliche Erwachsenen rege Betriebsamkeit vor. Aber die Stimmung war wehmütig. Das spürten auch wir Kinder. Schade ist es ja um das schöne Reck, sagte jemand. Das Reck, das draußen im Garten stand, es stammte aus der Zeit, als mein Großvater noch mit Eifer seiner Lieblingsbeschäftigung nachging, dem Turnen. Na, wenn man erst 72 Jahre alt ist, dann ist es doch mit der Turnerei nicht mehr so weit her, versuchte ein Onkel zu trösten. Sag das nicht, sagte meine Großmutter ein. Die Riesenwelle geht noch. Tatsächlich? Wir Kinder rissen die Augen auf. Mach mal vor, Opa. Mein Großvater schien gar nicht abgeneigt. Soll ich wirklich? fragte er und lächelte verschmitzt. Na, klar, du schaffst das schon, Opa. Also gut, nickte er. Dann werde ich meine Turnkleidung anlegen. Er ließ sich von meiner Großmutter hinausschüllen. Sie war 1,49 Meter. Mein Großvater ging, ein großer Mann von 2,02 Meter. Aber es war ein Liebespaar bis zur letzten Minute, die beiden. Bald darauf stand die ganze Familie um das Reck, versammelt. Mein Großvater betrat in seinen knieelangen Turnhosen, das kam er raus. Da er blind war, mussten seine beiden Söhne ihn hochheben und an das Reck hängen. Doch sobald er es im Griff hatte, begann er kraftvoll hin und her zu schwingen. Einer, immer höher, flog er und wirkte sicher und gewandt. Gar nicht wie ein alter Mann. Dann kam die volle Drehung um das Reck, die Riesenwelle. Jetzt war er ganz in seinem Element, turnte eine Figur nach der anderen und spreizte die Beine. Er wollte gar nicht mehr aufhören. Wir klatschten und gratulierten in heller Begeisterung. Mein Großvater war immer noch ein super Turner. Wenige Wochen später besuchte ich meine Großeltern in ihrer neuen Behausung. Mein Großvater, der immer so licht- und lufthungrig gewesen war, saß in seinem Sessel in der Ecke. Er wirkte plötzlich alt und gebrechlich. Beide Großeltern waren sehr deprimiert, seit sie aus ihrem Haus heraus mussten. Man konnte von Tag zu Tag zusehen, wie sie alterten. War die Stimmung in der Schule zu dem Zeitpunkt, wo die SA-Leute ankamen, generell so hoffnungsvoll oder trauensvoll gegenüber dem Direktor, dass das alles gut wird oder war das generell eher angstvoll? Also dem Direktor gegenüber hatten wir großes Vertrauen. Aber wir hatten unheimliche Angst. Also es ist überhaupt so, dass ich von da an, wo diese Zerstörungen waren in den Geschäften, eigentlich immer Angst hatte vor Rechtsradikalen. Und im Krieg über hatte ich einmal Angst vor Rechtsradikalen oder vor Nazis und Angst vor den Bomben, die nachher gefallen sind. Also den ganzen Krieg über habe ich eigentlich immer nur in Angst gelebt. Ich wusste aber nicht, was größer war, die vor Bomben getroffen zu werden oder die von den Nazis abgeholt und ermordet zu werden. Also das war auch nicht nur bei mir so, sondern bei vielen anderen auch. Es sind ja auch viele Menschen in den Tod gegangen und haben sich das Leben genommen, weil sie diese Angst nicht mehr ausgehalten haben. Also man ist immer innerhalb der Familien auch immer noch mehr zusammengewachsen. Es war sowieso, wenn man solche große Familie hatte, wie ich sie hatte, Ich hatte einmal die jüdische Familie, die war sehr, sehr groß. Und ich hatte auch die christliche Seite, das waren ja auch fünf Kinder bei meiner Mutti. Und das war auch eine große Familie. Man hatte nicht so viele Freunde gehabt, wie man sie heute hat, weil man mehr in den Familien gelebt hat, wie es ja heute noch in vielen südländischen Familien der Fall ist. Waren Sie nach dem Eingriff der SA auf Ihre Schule nochmal da für den Unterricht oder wurde die Schule danach geschlossen? Nein, die Schule wurde erst geschlossen 1939, 40 wurde die Schule geschlossen. Aber wir gingen dann statt nicht zur Auguststraße, sondern in die Jungschule, in die, wie hießen die, am Alexanderplatz, ich komme jetzt nicht drauf, wie die Straße heißt. Da war die Jungschule von der jüdischen Gemeinde und da sind wir zusammen. Und ich weiß nicht, ob ihr den Namen Rosenthal kennt, den Hans Rosenthal. Und der ist mit mir dort auch zur Schule gegangen. Die ist dann 1942, es ist das ganze jüdische Schulsystem lahmgelegt worden. Und dann mussten wir, also vor den großen Ferien sind das lahmgelegt worden, also aufgelöst worden. Und dann mussten wir alle nach Weißensee und haben dann Gartenarbeit auf jüdischem Friedhof gemacht. Und da ist dann ein Kind irgendwie verletzt worden bei. Da ist irgendwas runtergefallen oder so. Und das wurde dann aber von der Stadt verboten. Wir durften dann nicht mehr von der Schule aus jedenfalls zum Friedhof gehen. Und dann automatisch kam dann die Zwangsarbeit in der großen Frankfurter Allee. Für mich jedenfalls. Wir hatten großes Vertrauen und zwar die Schulen. Also heute ist es ja selbstverständlich, dass in Schulen nicht geschlagen wird oder gekniffen oder Haare ausgerissen wurden. Aber in der Nazizeit war das noch in den Schulen noch üblich, dass die Ohren verdreht wurden oder die Nase verdreht wurden. Und das gab es bei uns nicht. Also in der Augestraße, in der Schule war es wirklich so, wir waren Freunde. Es war einfach eine Kameradschaft oder so. Ein ganz liberales. Ein ganz liberales, ja. Bei uns wurden ja auch in der ersten Klasse keine Zensuren verteilt, sondern nur so kleine. Es war alles, das war eigentlich eine Schule, die eigentlich 50 Jahre später erst bei uns hier öffentlich war. Ja. Also ich hatte das Glück gehabt, in solch einer Schule reinzukommen. Meine Mutter hätte, bei uns gab es auch keine Schläge bei mir zu Hause. Bei uns wurde immer alles erzählt oder erklärt, was man nicht machen darf oder sonst dergleichen. Und ich bin auch so aufgewachsen, einmal in der Schule und einmal auch zu Hause. Da habe ich das ganz große Glück gehabt, auch Partner zu haben und nicht Eltern, die einen von oben herzogen haben dadurch. Regeln mussten natürlich, hier standen fest, ja. Und die mussten auch eingehalten werden. Aber sonst gab es keinen Zwang in dem Sinne. Ist man von der Schule aus in die Synagoge gegangen oder hat man sowas nur mit den Eltern gemacht, war die Frage? Ja, man hat das nur mit den Eltern gemacht. Von der Schule, das war ja keine religiöse Schule. Von der Schule aus, ich sage ja, einmal habe ich da in der Schule gebetet, als wir da eben drangsaliert wurden. Aber sonst kenne ich das gar nicht. Ja, nur vom Elternhaus gab es eben Reliosität. Wurde an Ihrer Schule auch am Sonntag unterrichtet, der am Sonntag nicht steht? Nein, wir hatten Sonnabsonntag frei. Aber dafür mussten wir in der ersten Klasse schon von 8 Uhr bis um 2 Uhr in der Schule sein. Also die Zeit wurde auch eingehalten, aber eben vom Montag bis Freitag. Große Hamburger Straße, unserer neuen Wohnung in der Pappelallee, fühlten wir uns nicht wohl. Aber was noch viel schlimmer war, wir fühlten uns auch nicht sicher. Euch jetzt hier allein zu lassen, das ist mir heikel, sagst du Mutti. Das möchte ich nicht. Geht mal lieber zur Tante Grete, ich sorge für die Lebensmittelkarten und hole euch dann wieder ab. Tante Grete, fragte ich, da muss ich ja wieder den Stern abtrennen. Tante Grete war nämlich eine Beamtin und im Beamtenhaushalt durften keine Juden sich aufhalten. Also, na dann mache ich eben den wieder ab, sage ich zur Mutti. So kam es, dass ich zu meiner Tante, an Tante Gretes Küchentisch, Schwarz und Peter mit meiner Schwester spielten. Plötzlich klingelte es. Die Tante öffnete die Tür. Na nun hörte ich sie, wie sie erschrak. Bevor ich die beiden Männer sah, die mit ihren Mutti eintraten, wo sind die Kinder, fragte einer in Befehlston. Es waren Männer, groß, blond, blauäugig, sie trugen diese furchtbaren schwarzen Stiefel, schwarze Ledermäntel. Hörten sie es, Herr Gestapo, oder zur SS? Jedenfalls blößten sie mir allein durch ihr Auftreten entsetzliche Angst ein. Da sind sie, sagte Mutti. Es sind lebendige Kinder. Sie müssen mir jetzt die Lebensmittelkarten geben. Also, bitte, geben Sie mir jetzt die Lebensmittelkarten. Es tut mir leid, sagte der Mann und schüttelte den Kopf. Sie müssen mitkommen. Dabei sah er gar nicht so aus, als es sich mit Leid täte. Alle drei mitkommen, wiederholte meine Mutter. Ja, wohin denn mitkommen? Plötzlich wurde uns ganz merkwürdig zumute. Es war ein Gefühl dicht vor der Panik, das mir die Kehle zuschnürte. Sorgen Sie dafür, dass sich die Kinder anfielen. Sie müssen, Sie haben, wir haben keine Zeit. In der nächsten Augenblick waren wir schon auf der Straße. Dort wartete ein Pkw. Wir wurden zu dritt auf die Rückbank gefärscht und los ging die Fahrt. Tante Grete blieb allein zurück. Wo bringen Sie uns hin? Mutti Stimme klang schrill. Von vorn kam keine Antwort. Trotzdem wussten wir, welches Ziel der Wagen ansteuerte. Es hatte sich längst an der Union herumgesprochen, dass die Transporte immer in der großen Hamburger Straße endeten. Und so war es tatsächlich. Schon von Weitem sahen wir die Lastwagen, die vor dem Eingang vollgestopft mit Menschen. Es waren nur noch Alte und Gebrechliche. Die Nazis hatten die letzten Reste der jüdischen Bevölkerung von ihren Krankenlagern geholt. Jetzt wurden sie einer nach dem anderen vom Lkw gehoben. Einige saßen auf Rollstühlen, andere lagen auf Tragen. Sie wurden da vorbei an den bewachteten Posten zur Sammelstelle gebracht. Auch wir stiegen aus. Mir kam es vor, als wären wir die einzigsten Juden, die noch normal laufen konnten. Direkt vor mir schleppte sich ein alter Mann auf Krücken durch die Toreinfahrt in den gepflasterten Innenhof. Dort sah ich Menschen mit ängstlichen Gesichtern. Ich hielt Muttis Hand und drückte mich dicht an sie. Der Posten führte uns vor den Eingang, der überwacht war. Die Kinder gehen rein, sie bleiben draußen, befahl er. Das kommt gar nicht in Frage, protestierte Mutti. Ich spürte, wie ihre Hand sich fester um meine schloss. Ohne meine Kinder gehe ich hier nicht weg, erklärte Mutti. Na, mit den Kindern schon ganz und gar nicht, konterte der Posten patzig. Dann werde ich mit reingehen, sagte Mutti. Ganz wie Sie wünschen. Er wies uns mit kühler Geste den Weg. Gleich hier im Vorderhaus, rechts die Treppe hoch. Da werden die ungeklärten Fälle gesammelt. Beim Hochgehen der Treppe entdeckte ich eine meiner besten Schulfreundin Helga. Sie war jahrelang mit mir in dieselbe Klasse gegangen, bis sich die Nazis die Schulen geschlossen hatten. Ich sah sie und sie sah mich. Ihr Gesicht wirkte seltsam und unwirklich. In der dämmerigen Einfahrt. Für einen Augenblick schauten wir uns an. Aber sie wurde gleich mit ihrer Mutter in den Innenhof geführt. Zu den Wartenden mit den ängstlichen Gesichtern. Wer dort hineinkam, das wusste ich instinktiv. Für den war es zu spät. Im Hochpartei angekommen, befahl man uns, warten Sie hier auf dem Treppenabsatz, von dem zwei Räume abgingen. Hatten Sie ein trauriges Häuflein zusammengescharrt. Wir standen hier gedrängt vor dem Fenster. Überall waren Menschen mit bedrückten Minen. Sie warteten. Da kam so ein SS-Lömmel die Schaustufen herunter. Ein junger Mensch von etwa 16, 17 Jahren, der sah meine kleine Schwester am Fuß der Treppe stehen und nahm sein Gewehr und hieb dem sechsjährigen Kind unversehens den Gewehrkolben auf den Kopf. Eddie hat ruhig neben mir gestanden. Das war ihr einzigstes Vergehen. Der Bengel rannte dann weiter. Man konnte richtig sehen, wie sich die kleine Szene zusammenbiss. Aber sie hat nicht geweint. Der Bengel rannte einfach auf dem Treppenhaus hinunter. Und Eddie drehte sich zu meiner Mutti um, drückte ihr Gesicht gegen ihren Schoß. Mutti hat sie getröstet. Der Bengel, der Schlag, das war für uns alle ein Schock. Unvermutet und völlig grundlos. Immer mehr Menschen drängten sich auf den Treppenabstatt. Der zuständige Uniformierte geriet durch den Ansturm zusehends in Hektik. Warum sind Sie hier? herrschte er Mutti an. Ich wollte Lebensmittelkarten für meine Kinder holen. In knappen Worten fasste sie die Ereignisse zusammen. Aber der Mann hörte kaum zu. Er musterte uns abschätzig und fragte, was sind denn Ihre Kinder blutsmäßig? Da begriff meine Mutti, worauf er hinaus wollte. Ich hatte keinen Stern am Mantel wegen Tante Grete. Geltungsjuden hatten aber einen Stern zu tragen. Ganz anders verhielt es sich mit sogenannten Mischlingen ersten Grades. Das waren Kinder, die zwar aus einer Mischehe hervorgingen, jedoch am 15.09.1935 dem Stichtag der Konferenz der Nürnberger Gesetze festgelegt wurden. Nicht als Mitglieder der jüdischen Gemeinde registriert waren. Die brauchten keinen Stern zu tragen. Und waren auch sonst nicht so gefährdet wie Geltungsjuden. Also blutsmäßig waren wir alle das Gleiche. Bloß der eine war in der jüdischen Gemeinde und der andere nicht. Und der 15.09.1935 war eben der Stichtag. Na, blutsmäßig sind meine Kinder Mischlinge ersten Grades, erklärte meine Mutti prompt. Dabei war es reines Glück, dass ich vorher den Stern abgemacht hatte. Aha, sagte der Uniformierte. In seiner Stimme klang zwar Zweifel, doch angesichts des großen Menschenandrangs hatte er keine Möglichkeit, die Aussage sofort zu überprüfen. Stattdessen wandte er sich an die Nächsten und ließ uns schworen. Gerade gesellte sich eine Frau mit ihren drei Kindern zu uns auf dem Treppenabsatz. Der älteste Junge trug HJ-Uniformen, also von der Hitlerjugend. Das Mädchen hatte einen gelben Stern an ihrer Jacke. Nur das Baby, das die ziemlich aufgelöste Frau auf den Arm trug, war noch in einen ganz normalen Windeln gewickelt. Es sah nun der Uniformierte und der Polterte. Was bringt ihr mir denn jetzt noch alles an? Dabei waren die Kollegen, die es auf der Vorwurf gerichtet war, gar nicht mehr in Sichtweite. Und dann an die verschreckte Frau gerichtet. Was ist das für ein Durcheinander hier? Naja, der Große ist aus erster Ehe, begann die Frau zaghaft. Dadurch ist bei mir so ein Mischmasch. Das will ich doch gar nicht wissen, fuhr der Mann sie an. Mir reicht's jetzt, ein für allemal. Das ganze Gesochse will ich hier raus haben. Seine Stimme überschlug sich verärgert. Passierschein ausstellen für drei, vier, fünf, für sieben Personen. Und dann nichts wie raus hier mit dem Gesochse. Ich war in meinem Leben noch nie so gern Gesochse wie den Tag. Und da stand für meine Mutter fest, wir müssen die Wohnung verlassen. Und meine Mutter hat dann, ich lese jetzt nicht weiter, sondern erzähle das jetzt so, meine Mutter hat dann sich überlegt, wo wir untertauchen könnten. Und hat dann einen Weg gefunden mit einem Bekannten, den sie mal kurz kennengelernt hat, der selber zwar in der Partei war, aber ein sehr religiöser Mensch, eigentlich nur in der Partei wegen seiner Arbeit war. Und der hat uns seine Laube zur Verfügung gestellt. Und da haben wir dann überlebt bis 45. Und meine Mutter hat dann, als mein Vater dann nicht zurückkam, aus Dankbarkeit den Mann geheiratet. Aber das war keine glückliche Ehe, aber es war eine Vernunft Ehe, muss ich sagen. Und dieser Mann hatte ein sehr schönes Grundstück in Tegel im Moorweg. Und da hat er dann nachher dafür gesorgt, dass wir dann da wohnen konnten. Und auf diesem Grundstück hat mein Sohn jetzt mit seiner Familie ein sehr schönes Haus gebaut. Und dieses Grundstück, was dieser Mann wirklich mit sehr viel Mühe sich angeschafft hat, wurde damit hochgehalten. Und es war dieser Herr Lindenberg, der war aber für meinen Sohn ein sehr, sehr guter Vater. Aber ein sehr guter, ja, eigentlicher Vater gewesen. Und für meine Kinder war er ein sehr großer Opa gewesen, ja. Also ich muss sagen, im Grunde genommen habe ich noch große Los gewonnen, dass ich meine Mutti noch behalten habe, meine Schwester leider nicht. Und meine ganze Familie ist ja kaputt gegangen. Also Familie habe ich nicht gehabt, aber man kann nicht alles haben im Leben. Ich wohnte ja nun in der Laube von Herrn Lindenberg. Nun darf man diese Laube nicht als Luxusobjekt ansehen, sondern das war eigentlich nur ein Bretterverschlag. Denn wenn draußen 10 Grad waren, plus oder minus, waren drin auch 10 Grad. Also es war kaum zu heizen. Wir hatten ja auch gar kein Heizmaterial gehabt. Das bisschen Heizmaterial, was wir hatten, das haben wir ja zum Essen kochen gebraucht. Das gab ja kein Gas oder sonst was. Man musste ja sich erst mal Feuer machen, um überhaupt kochendes Wasser zu haben. Also das sind Umstände gewesen, wie man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Aber wir haben in dieser Laube überlebt. Und wir haben eins gemacht, um Heizung zu sparen oder um überhaupt anzuziehen, hatten wir ja auch kaum was gehabt. Meine Mutti und ich, wir haben uns zwei Kleider geteilt. Nun war das so, ich bin immer stärker geworden. Meine Mutti ist aber schmal geblieben. Die Kleider waren nachher alle, die Nähte waren alle nachher halb ausgerissen. Ja, also es war, es war Zeit, dass es das 45 war. Wirklich war. Ja, dass man überhaupt nachher noch als Menschen leben konnte. Also wenn ich heute die Sachen vom Krieg sehe, natürlich, die zerbombenen Städte sind natürlich schlimm. Aber wir waren hier in Berlin noch unter ganz anderen, weil wir dauernd Beschuss hatten. Ja, also es war ja entweder Tag am Tage zwei Luftangriffe oder nachts. Also drei Angriffe hatten wir immer in 24 Stunden. Und es war ja so, dass nicht nur eine Bombe fiel. Wenn die Geschwader ankamen, wurde ein ganzes Teil kaputt geschossen. Die haben immer so bestimmte Teile von den Städten genommen. Und da blieb nichts mehr übrig. Jedenfalls 45 sah es hier ganz schlimm aus. Ja, genau. Haben Sie diese Laube noch irgendwas anderes verlassen, außer diese Bombenanritte und zum Bombenbunker zu rennen? Ja, ganz kurz, das will ich gleich mal antworten. Also ich habe die Laube verlassen, um zur Arbeit zu gehen, denn meine Arbeit habe ich bis zum letzten Tag gemacht. Und zwar bin ich mit der S-Bahn nach Alexanderplatz gefahren. Alexanderplatz bin ich ohne Deklaration, also ohne Stern reingegangen. Und mit Stern bin ich rausgekommen, weil ich von da ab dann eine Bescheinigung hatte, die Bahn überhaupt zu besuchen. Man musste nämlich, um mit der Bahn zu fahren, heute damals eine Bescheinigung haben. Und die habe ich dann nur gehabt von der Papelallee zur Arbeit und nicht von Wittenau. Also bin ich als Jüdin rausgekommen, denn ich bin nicht einmal da angezeigt oder verpfiffen worden. Also ich meine, das ist alles, jeden Tag war das ein Glückszustand. Dort in der Arbeitsstelle waren wir eigentlich ziemlich sicher. Wir hatten einen Arbeitgeber gehabt, der zwar mit den Nazis hier arbeitete, aber wahrscheinlich uns mehr geschützt hat, als uns verfolgt hat. Denn es wurde keiner von dieser Firma abgeholt, was sehr selten war. Und Sie mussten ja zur Arbeit gehen, denn sonst wäre ja dann nach Ihrem Glück geworden. Ja, 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 ja. Also das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, man musste in der Zeit unheimlich viel Glück haben, um überhaupt zu überlegen. Tüchtigkeit und Glück, beides. Meine zweite Frage war, was haben Sie in dieser Laube, wie haben Sie sich die Zeit so vertrieben in der Laube dann? Also haben Sie da irgendwelche Spiele gespielt? Ja, ich wurde manchmal gefragt, was ich in meiner Freizeit gemacht habe. Freizeit gab es ja nicht. Wenn man von zwölf Stunden arbeitet und dann für ein Mittagessen, wenn man sich kochen wollte, erst mal Feuer machen musste, um das Essen zu bereiten, da bleibt ja keine Freizeit. Sonntags habe ich versucht, entweder irgendwo in den Wald zu gehen und zu wandern. Oder, was ich auch gemacht habe, ich bin nach Libars gegangen und bin dort schwimmen gegangen. Illegal? Illegal, natürlich, ohne Stern natürlich. In Wittenau, in der Laube, war ich ja immer im Mundstern. Sonst hätte ich Herrn Lindenberg verraten. Der hat uns ja beschützt, indem er uns seine Laube zur Verfügung gestellt hat. Konnte man ja gar nicht. Und wir wurden ja als Ausgebombte dort angesehen. Nicht als Flüchtlinge, die sich dann Versteck gesucht haben. Also wir konnten uns dort da frei bewegen. Aber die kleine Schwester war allein in der Laube. Aber meine Schwester, die war ja acht Jahre jünger als ich. Und man sich vorstellt, die war ja manchmal 14 Stunden alleine. Und ich weiß gar nicht, was dieses Kind eigentlich... Sie hat alle Schränke untersucht, ja. Das hat sie gemacht. Aber alles wieder reingepackt, so wie sie konnte. Aber wir waren ja damals nicht pingelig. Was ausschlaggebend war, wenn es kalt war, haben wir meistens in Betten gelegen. Zu dritt in einem Bett, damit wir warm saßen. Oder waren... Unsere Federbetten hatten wir noch. Und die haben uns gewärmt. Denn Heizung konnten wir ja gar nicht. Wir haben ja gar kein Heizmaterial gehabt. Also das war natürlich sehr schwierig. Und Hunger. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel Hunger gehabt wie in den letzten drei Monaten. Also gehungert hatten ja alle. Aber für Juden waren ja schon lange bestimmte Lebensmittel auch verboten. War ja verboten. Und wir haben alles nur ein Drittel weniger gekriegt noch, ja. Also das war schon ein cleveres System, um die Leute gezielt zu schwächen. Ja, also kaputt zu machen. Dadurch, dass Mutti noch ihre volle Karte hatte. Und wir hatten Mutti ja immer noch was. Und dann hatte ich ja noch eine Tante hier, die in der Weinmeisterstraße einen Fahrradgroßhandel hatte. Und die hat uns auch öfter mal was zugeschickt, wenn sie was hatte. Ja, also wenn Tante Hertha kam, dann war immer Festtag gewesen. Also das war schon was. Ja, aber uns war ja das Wichtigste, wenn wir mal eine Kartoffel gekriegt haben oder ein Stück Brot gekriegt haben. Ein Stück Brot war ja mehr wert als ein Kuchen. Ich wollte gerne fragen, dieses Buch ist ja 2011 erschienen. Ja. Also das Buch ist so erschienen. Ich habe die Frau Claudia Bauer, die das Buch geschrieben hat, die hat ein Buch rausgebracht mit Menschen, die ich auch kannte zum Teil. Die ich von Libors, vom Schwimmen her kannte. Und zwar das, wie hieß das? Berliner Schnitzel. Berliner Schnitzel. Und als die das freigegeben hatte, da bin ich hingegangen und habe gesagt, Frau Bauer, ich kann Ihnen auch was erzählen, auch von der anderen Seite. Und daraufhin hat sie sich mit mir hingesetzt, bei mir zu Hause auf der Terrasse, dreimal anderthalb Stunden und hat ein Band laufen lassen. Und von diesem Band, ich habe nur erzählt, sie hat nichts gefragt. Ich habe gesagt, es ist ganz egal, erzählen Sie aus Ihrem ganzen Leben, alles zusammen. Ich mache nachher ein Buch daraus. Und aus diesen Erzählungen hat sie das Buch geschrieben. Und was ich ganz toll finde, dass er oftmals so geschrieben hat, so wie ich es auch erzählt habe, denn ich höre meine Stimme immer raus. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Zeit, aber ich denke, das war jetzt sehr interessant für alle. Und ich danke Ihnen ganz von Herzen, Frau Winkelmann, dass Sie bei uns waren. Ja. Recht schönen Dank. Vielen Dank. Also recht schönen Dank und ich wünsche euch allen recht schöne Tage noch und recht schöne Schulzeit und für euer ganzes Leben. Alles Gute. Und ich freue mich, euch hier kennengelernt zu haben. Das ist... Applaus Und ich freue mich, euch hier. Und ich freue mich, euch hier. Vielen Dank. Und ich freue mich, euch hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Musik Musik